Ja, das hier ist mein Technikraum, quasi das Gehirn meines Selbstversorgerhauses. Angefangen mit der Photovoltaikanlage auf dem Dach, wo der Strom erzeugt wird, hier rüber läuft und zum Schluss in der Batterie eingespeist wird. Hier drüben haben wir das Luft-Wasser-Wärmesystem, die ganze Pumpe, bis hin zu dem Apparat hier, wo meine Luft tagtäglich eigentlich ausgetauscht, aufgefrischt wird, sodass ich eigentlich gar nicht mehr die Fenster aufmachen müsste. Und das Schönste bei der ganzen Technik ist, es ist sehr einfach, ich kann alles über mein Handy nachher steuern, es ist alles sehr energieeffizient, ökonomisch und ökologisch ist und ich freue mich einfach drauf.